Die Methoden der Bestrafung im antiken China waren schwerwiegend, um nicht zu sagen unmenschlich, und das aus gutem Grund. Der Begriff chinesische Folter hat sich weltweit verbreitet, um auf die beunruhigendsten Situationen hinzuweisen, mit denen man heute konfrontiert sein kann. In einer Zivilisation, die seit einer Zeit, an die wir uns nicht erinnern können, bestrebt war, Harmonie unter ihren Menschen aufrechtzuerhalten, reichten die verhängten Strafen zur Erreichung solcher Ruhe von lebenslanger Brandmarkung bis zum qualvollsten Tod. Heute werden wir Stück für Stück die Strafen entdecken, die in der antiken chinesischen Gesellschaft Albträume hervorgerufen haben. Willkommen auf unserem Kanal! Auch die Frauen im antiken China wurden nicht davon verschont, zu einer dieser Strafen verurteilt zu werden. Tatsächlich hatten sie ihr eigenes Katalog von Foltermethoden, um die sie von den Männern nicht beneidet wurden. Es ist wahr, dass es für Frauen einige Strafen gab, die erträglicher waren. Einige bestanden aus Zwangsarbeit oder dem Einklemmen ihrer Finger zwischen zwei Holzstücken, während die für Männer am wenigsten schmerzhafte Strafe darin bestand, mit einem Bambusstock ausgepeitscht zu werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Frauen verschont wurden, da sie, abhängig von ihrem Verbrechen, sogar ihr Leben verlieren konnten. Eine der schmerzhaftesten Foltermethoden, die hauptsächlich bei Frauen angewandt wurde, war der sogenannte Holzesel, der aus einer dreieckigen Holzkonstruktion und einigen Stämmen oder Stöcken zur Unterstützung bestand. Frauen, die Ehebruch begangen hatten, wurden gezwungen, stundenlang auf dieser Foltervorrichtung zu sitzen, was dauerhafte Verletzungen verursachte, die sie daran hinderten, wieder schmerzfrei zu gehen. Mit dem Ziel, die Strafe für diese Frauen zu verschärfen, wurden schwere Gegenstände an ihren Füßen aufgehängt, um die Verletzungen noch schlimmer zu machen. Einige Holzdunkies hatten auch Speix im Bereich, in dem die Person saß. Dies führte dazu, dass die Körperteile, die Kontakt mit den Speix hatten, noch stärker beschädigt wurden. Der Tod durch tausend Schnitte war die schlimmstmögliche Strafe für einen Gefangenen. Der gefürchtetste Satz, das qualvollste Ende, dem jemand im antiken China gegenüberstehen konnte, wurde Ling Chi oder der Tod durch tausend Schnitte genannt. Diese Strafe war nur für die schlimmsten Verbrecher vorgesehen und galt als eine der grausamsten Strafen in der Geschichte der Menschheit. Jede Person, die es wagte, eines der sogenannten Zehen Gräuel zu begehen, zu denen Verrat, der Mord an Ehemann, Ehefrau oder Eltern, Rebellion und Hexerei gehörten, wurde zu einem langsamen und schmerzhaften Tod verurteilt. Dabei wurde der Gefangene an einen Pfosten gefesselt, Hände und Füße gebunden, manchmal wurde ihnen Opium in den Mund gelegt, um den Schmerz zu lindern, und dann wurde langsam das Fleisch von ihrem Körper geschnitten, ähnlich wie bei einem Rindersteg. Dieses Fleisch wurde vor ihnen abgelegt, bis sie ohnmächtig wurden und starben. Normalerweise dauerte die Folter, sowohl physisch als auch psychisch, nur etwa 20 Minuten, was für die arme Person möglicherweise eine Ewigkeit vor dem Bewusstseinsverlust war. Es gibt jedoch Aufzeichnungen von einer Person, die zwölf Stunden überlebt hat, bevor sie endlich in Frieden ruhen konnte. Falls die Familie des Gefangenen vermögend war, bestand die Möglichkeit, den Henker zu bestechen, damit er den Gefangenen mit dem ersten Schnitt tötete, anstatt mit den anderen fortzufahren, um ihm solches unangenehmes Leiden zu ersparen. Diese schreckliche Praxis begann im 10. Jahrhundert und wurde erst im Jahr 1905 verboten, was uns nur etwas mehr als 100 Jahre von dem entfernt, was sich als Albtraum erwies. Die letzte Person, die zu diesem grausamen Tod verurteilt wurde, war ein Attentäter, der das Leben seines Arbeitgebers nahm und die Kaiserin beleidigte. Aus diesem Grund war die Hinrichtung besonders grotesk und dauerte drei Tage, bis die gesamte Haut vom Körper entfernt war. All dies wurde in einer Reihe eindrucksvoller Fotos dokumentiert, die die technologischen Fortschritte der damaligen Zeit ermöglichten und die uns das Leiden all dieser Gefangenen vorstellen lassen. Die fünf Strafen für Sklaven im antiken China In China gab es fünf Kategorien von Strafen, die geschaffen wurden, um die Menschen unter Kontrolle zu halten und soziale Harmonie aufrechtzuerhalten. Diese Strafen unterschieden zwischen Männern und Frauen, wobei die Strafen für Frauen weniger schwerwiegend waren, da die patriarchalische Gesellschaft Frauen nicht für ihre Vergehen verantwortlich machte, es sei denn, sie begingen Ehebruch, Mord oder Hexerei, was sie anfällig für sadistische Folter oder sogar den Tod in all seinen verschiedenen Varianten machte. Während aller Dynastien waren die Strafen praktisch die gleichen. Sie hingen von der Schwere deines Verbrechens, der Kategorie, zu der du gehörtest, und der Schwere ab, mit der sie angewendet wurden. Unter den Strafen für Männer war die erste und am wenigsten Schwere, das Verbrechen, das du begangen hast, auf dein Gesicht zu tätowieren, um es der Gesellschaft vorzustellen. Die tätowierte Fläche war abhängig von der Schwere des Verbrechens. Diese Strafe wurde hauptsächlich bei Sklaven angewendet, die vor ihren Herren wegliefen oder für geringfügigen Diebstahl. Die zweite Stufe bestand darin, deine Nase ohne Betäubung abzuschneiden, was deinen Geruchssinn zerstörte und manchmal die Fähigkeit, durch die verbleibenden Öffnungen zu atmen. Diese Strafe war für diejenigen reserviert, die einen größeren Diebstahl begangen hatten. Für diejenigen, die schwerwiegendere Verbrechen begangen hatten, wurden entweder ein oder beide Füße amputiert, wenn der verursachte Schaden als schwerwiegend errachtet wurde. Eine Variante bestand darin, dein Bein am Knie zu öffnen und die Kniescheibe zu entfernen, was es dir unmöglich machte, für den Rest deines Lebens zu gehen. An vorletzter Stelle stand die Kastration. Dieses Urteil bestand darin, die Fortpflanzungsorgane des Mannes zu entfernen und ihn zur Arbeit als Eunuch für eine bedeutende oder königliche Person zu zwingen. Diese Unglücklichen waren Menschen, die Ehebruch begangen hatten oder in Korruption verfallen waren. Und als letzte Möglichkeit der Tod in einer seiner Formen, am schmerzhaftesten für Massenmörder oder Verräter des Königtums. Dank der Lehren des Konfuzianismus entwickelten sich die Strafen und wurden mit dem Beginn des kaiserlichen China weniger brutal. Dennoch waren Todesstrafen nach wie vor an der Tagesordnung. Folter wurde im antiken China regelmäßig gegen Gefangene eingesetzt. Das Recht im antiken China war eine wichtige Säule zur Kontrolle und Aufrechterhaltung der Harmonie in der Gesellschaft, basierend auf dem Konzept von Verbrechen und Strafe. Beeinflusst von philosophischen Strömungen wie dem Konfuzianismus und dem Legalismus glaubte Han Feisi, der Gründer des Legalismus, dass allein der Herrscher die Macht besitzen und sie wie ein Blitz ausüben sollte. Unter Einfluss all dieser Ideen wurde gesetzlich festgelegt, dass jede Person, die eines Verbrechens schuldig war, das Verbrechen gestehen musste, um verurteilt zu werden. Es wurde also in den Gesetzeskodex aufgenommen, dass, wenn das Verbrechen freiwillig gestanden wurde, die Strafe reduziert oder sogar aufgehoben wurde, und man nur für die Verluste verantwortlich war, außer in Fällen von Mord, Körperverletzung oder Sachschäden. Viele Gefangene gestanden jedoch nicht, weshalb andere Methoden verwendet wurden. Im Laufe des Ermittlungsprozesses mussten sich die Angeklagten vor einem Beamten stellen, der ihnen einfache Fragen stellte. Wenn die Gefangenen sich weigerten zu antworten, wurde einfache Folter angewandt, um Geständnisse zu erzwingen, die darin bestand, die Arme des Beschuldigten um einen Pfosten zu verdrehen, während sie kontinuierlich geschlagen wurden. Dies war jedoch nur die einfachste Form der angewandten Folter. Es gab einige Foltertechniken, die etwas exotisch und jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lagen. Zum Beispiel die sogenannte Bambusfolter, bei der der Gefangene auf eine Bambuspflanze gesetzt wurde, sodass sie im Laufe der Zeit wuchs und ihn langsam durchbohrte. Es gab auch die berühmte Wasserfolter, bei der Wasser auf den Kopf eines gefesselten Gefangenen tropfen gelassen wurde, bis das Wasser begann, seinen Weg durch den Schädel zu finden, ein Prozess, der Tage dauerte und die Person oft in den Wahnsinn trieb, bevor sie überhaupt durch das Wasser verletzt wurde. Diese Methoden zwangen einige unschuldige Menschen dazu, ein Verbrechen zuzugeben, das sie nicht begangen hatten, um die Folter zu stoppen. Später, mit dem Ziel, Zeit und Geld bei den Gerichtsverfahren der damaligen Zeit zu sparen, wurde die Folter ein häufiges und unverzichtbares Werkzeug in fast jedem Prozess, was die rechtlichen Grundsätze verfälschte und den Grundstein für erzwungene Geständnisse legte. Etwas, das ihnen vielleicht bekannt vorkommt. Die gefürchteten chinesischen Exekutionsfahrzeuge von heute Derzeit werden in China mehr Menschen für Verbrechen hingerichtet als in allen anderen Ländern zusammen in einem Jahr. Obwohl diese Zahl im Laufe der Zeit gesunken ist, wird geschätzt, dass in China jedes Jahr mehr als 1000 Kriminelle zum Tode verurteilt werden. Es gibt 46 Kapitalverbrechen, für die die Todesstrafe verhängt werden kann, von der Anstiftung eines Aufstands oder Spionage bis zum Versuch, aus dem Gefängnis zu fliehen oder gefälschte Drogen zu verkaufen. Bis 1997 wurden Hinrichtungen von Verbrechern von Erschießungskommandos durchgeführt. Es musste ein besonderer Ort für die Hinrichtung festgelegt werden, so nah wie möglich am Aufenthaltsort des Gefangenen, und man würde ihn dorthin bringen. Aufgrund der hohen Kosten und des Aufwands, den die Behörden für die immer stärker nachgefragten Hinrichtungen aufbringen mussten, wurden Exekutionsfahrzeuge geschaffen, die mit einer Trage und den notwendigen Elementen zur Verabreichung von tödlichen Injektionen ausgestattet waren. Dies ermöglichte es, Hinrichtungen am Ort des Aufenthalts des Gefangenen durchzuführen und sparte der Regierung Tonnen von Geld, half bei der Entwicklung dieser Todeswagen und beanspruchte eine humanere Methode zur Durchführung von Hinrichtungen. Obwohl die Verfahren für die Todesstrafe in China denen in den USA ähneln, mit der Möglichkeit, gegen eine Todesstrafe Berufung einzulegen und die tödliche Injektion nahezu identisch ist, wurde festgestellt, dass diese gefürchteten Fahrzeuge so bequem sind und die Hinrichtung so gut erleichtern, dass sie wahrscheinlich zum Brot und Butter der chinesischen Gesellschaft werden. Ob die Köpfe hinter Chinas Gesetzen ausgefeilte neue Methoden zur Durchführung der Todesstrafe entwickeln oder zu brutalen öffentlichen Strafen zurückkehren, die gar nicht so lange her sind, werden wir sie hier auf unserem Kanal auf dem Laufenden halten. B Vielen Dank.